Sag mal, kann es sein, dass Dr. Schultes nicht so gut drauf ist, weil seine Frau mit dem Chef fremd geht? Naja, es lässt ihn sicher nicht kalt, aber wie soll ich sagen, er nimmt es recht sportlich, oder? Naja, aber ich glaube, ich rede mal mit ihm. So ein Gespräch unter Männern. Entschuldigen Sie, Herr Dr. Schultes. Also, ich habe das mit Ihrer Frau gehört. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde das unglaublich tapfer, dass Sie hier trotzdem operieren. Ach was. Lassen Sie mal stecken. Wissen Sie, ich bin Arzt mit Leib und Seele. Der Sinn meines Lebens liegt im Innern des Patienten. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Absolut, Herr Kollege. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich.